Ich möchte die Zeit nutzen, ein bisschen über die Anhörung in Karlsruhe zu sprechen. Einige, die es mitbekommen haben, der Chaos Computer Club hat eine Stellungnahme abgegeben zu einem Gesetz, nämlich BKA-Gesetz. Und die Anhörung dazu fand am 7. Juli statt und darüber will ich heute sprechen. Zum einen, welche Argumente da vorgetragen wurden, was so die Knackpunkte waren, in welcher Weise der um den Staatsrujaner ging, was der CCC dort argumentiert hat. Ich bin selber dort in der mündlichen Verhandlung aufgetreten und wir haben eine schriftliche Stellungnahme, die man natürlich bei ccc.de finden kann, geschrieben. Und ich will natürlich zum Ende hin auch etwas orakeln darüber, was denn möglicherweise bei dem Urteil am Ende rauskommt, was wir im Herbst oder zumindest hoffentlich Ende des Jahres erwarten. Darüber will ich ein bisschen sprechen. Ich glaube, die Berichterstattung an dem Tag im Juli war gar nicht schlecht, das wurde überregional berichtet, aber ich glaube, so eine Anhörung aus ein paar Stunden und die verschiedenen Argumente, die da so ausgetauscht werden, sind durchaus interessant, um ein bisschen was darüber zu erfahren, was die Knackpunkte sind an diesem BKA-Gesetz, was auch technisch die Knackpunkte sind und wie möglicherweise sich die Richter in ihrem Urteil entscheiden werden. Eigentlich wollte Ulf Burmeier noch zu mir stoßen heute, denn er war ebenfalls ein technischer Sachverständiger, der dort angehört wurde. Er hat dort für Amnesty und Netzpolitik.org gesprochen, aber irgendwie scheint er, weiß ich auch nicht, in seinem Zelt verschollen. Er muss es irgendwie alleine machen, macht aber nichts. Ich ziehe hier vorher einen kleinen Bogen, weil dieser Staatsrujaner ja eine gewisse Geschichte hat, die ich erwähnen möchte. Zum einen, weil vielleicht nicht jeder im Detail weiß, aber ich werde es auch nicht übermäßig lang ausdehnen. Ich will zum Anfang nochmal das Urteil vom Staatstrojaner zitieren, das ist mir wichtig. Zum einen, weil das Urteil von 2008 nicht die Beachtung gefunden hat, die ich hätte finden müssen. Wir erinnern uns, dieser Staatstrojaner war schon mal in Karlsruhe und zwar eben 2008. Das war ein Gesetz vom Verfassungsschutz, NRW und wurde damals vernichtigt erklärt und hat gleichzeitig dieses unten aufgeschriebene Grundrecht, nämlich das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme konstituiert. Das heißt, seit mehreren Jahren haben wir dieses Grundrecht, aber ich glaube, so richtig über die Interpretation wurde, wurde erst mit der Veröffentlichung der Analyse des Staatsrojaners durch den CCC öffentlich, meine ich, im politischen Raum und darüber hinaus debattiert. Insgesamt bin ich eigentlich mit der Interpretation des Urteils, mit der es ja mehr als sechs Jahre schon her ist, ein bisschen unzufrieden, weil ich glaube, dass viele Nuancen, die in diesem ziemlich weitsichtigen Urteil enthalten sind, sich in der einfach Rechtsetzung in Bund und Land nicht wirklich niedergeschlagen haben. Da geht es nämlich zum Beispiel nicht nur um den Trojaner und die Frage, welche Systeme man infiltrieren kann und mit welchen technischen und rechtlichen Hürden, sondern da wurde auch darüber gesprochen, wie es sich mit Festplatten verhält, also der Durchsuchung von Festplatten, ohne dass man Trojaner besitzt, sondern bei der Beschlagnahme. Aber so richtig in die Rechtsetzung und auch so in diesem juristischen Schrifttum hat sich nicht verbreitet. Entsprechend ist mir nicht wichtig, dieses Urteil nochmal zu erwähnen und die Anhörung jetzt in Karlsruhe hat natürlich einige darüber hinaus debattiert. Schlicht, weil die Fakten 2008 so noch nicht bekannt waren in Bezug auf die Details der technischen Umsetzung dieses Staatstrojaners, aber sicherlich haben auch die zwei Jahre Snowden und die Debatten um IT-Security und um Schadsoftware, möglicherweise auch automatisierte Verbreitung von Schadsoftware, generell die technisch angebliche Omnipotenz der Geheimdienste in dieser Debatte eine Rolle gespielt in gewisser Weise. Zudem war an dem Tag oder kurz vorher, in der Nacht eigentlich davor, waren die Daten vom Hacking-Team-Hack öffentlich geworden. Ich habe dann noch verzweifelt in der Nacht nach Hinweisen in diesen 400 Gigabyte, die ich aus mehreren Hotelnetzen zusammengeschnurrt habe, nach Hinweisen auf den Kauf von Hacking-Team-Malware durch den deutschen Staat oder deutsche Behörden gesucht und bin auch kündig geworden und habe dann tatsächlich auch noch gerade quasi live in Karlsruhe erwähnen können. Also auch mehrere LKAs und BKA waren Kunde von Hacking-Team. Zumindest gab es geschäftliche Beziehungen und die haben sich mal so ein bisschen die Malware zeigen lassen. Der BKA-Gesetz ist ziemlich lange her, dass er beschlossen wurde, das ist noch aus den Zeiten der großen Koalition, also der davor, 2008. Und er dreht sich bei dem BKA-Gesetz insbesondere um den internationalen Terrorismus, ist also sozusagen die Klammer vor dem Gesetz. Das heißt, die Vorfeldbefugnisse, also Vorfeld im Sinne von, bevor irgendeine Straftat faktisch passiert, wo man jemanden verfolgen könnte aufgrund eines konkreten Verdachtes, sondern im präventiven Feld, beziehen sich immer auf den sogenannten internationalen Terrorismus, der, wie in den Verfassungsbeschwerden mehrfach moniert wurde, überhaupt nicht definiert ist in diesem Gesetz. Nicht wirklich, man hat so indirekte Definitionen. Schon alleine der Begriff Terrorismus ist schwierig zu definieren, aber dann schon erst recht internationaler Terrorismus, weil er natürlich ein Geburtsfehler dieses Gesetzes ist. Denn wenn man bestimmte Eingriffsbefugnisse, die hier sehr weit sind, Staatsreuanerhalt, aber auch Rasterfahndung, Lauschangriff, Späangriff, mögliche natürlich Telekommunikationsüberwachung, Internetüberwachung, aber auch Observationen und dergleichen, wenn man das zulässt, dann wäre natürlich schön, wenn man wenigstens eine Definition hätte, was denn mit diesem sogenannten internationalen Terrorismus gemeint sei. Das haben natürlich die Beschwerdeführer gerückt. Es sind also zwei Verfassungsbeschwerden. Die erste, die jetzt hier sozusagen für die Akten mit dem Verfassungsgerichts-Aktenzeichen hier benannt hat, vertreten Gerhard Baum und Burkhard Hirsch, die ja sehr bekannt sind für sehr viele Urteile, die sie in Karlsruhe in Sachen Überwachungstechnik erstritten haben. Zweite war ein Team um Sönke Hilbrans, der die damalige Grüne Bundestagsfraktion vertreten hat, also sozusagen noch die jetzt ja mittlerweile mehrfach ausgetauschte Fraktion, insbesondere Wolfgang Wieland und auch Claudia Roth, die auch vor Ort waren. Und die ein bisschen unterschiedliche Aspekte, aber sehr grundsätzliche Kritik an dem Gesetz dort niedergeschrieben haben. Die Verfassungsbeschwerden sind teilweise auch online zu finden, zumindest aber die Argumentation. Ich werde natürlich nicht auf die einzelnen Rechtsfragen eingehen. Die sind a. dort in Karlsruhe immer auf sehr hohem Niveau debattiert. Da wird nicht viel erklärt, weil davon aufgegangen wird, dass alle Juristen wieder anwesend sind. Und natürlich sind es in der Mehrzahl Juristen sich mit der Materie, verfassungsrechtlicher Art gut auskennen, sondern es wird natürlich mehr auf die technischen Details eingehen, zumindest dann, wenn sie so rechtliche Abhängigkeiten in gewisser Weise haben. Und ich kann natürlich auch nicht alles referenzieren. Das hat sehr viele Stunden gedauert. Ich bin selber nicht mehr bis zum Ende geblieben, weil irgendwann muss ich es zurück nach Berlin schaffen an dem Tag. Also ich habe sozusagen letzte Stunde verpasst, weil so eine Fülle an Schwierigkeiten, auch komplizierten rechtlichen Fragen dort debattiert wurden, die übrigens nicht mal alle abgearbeitet werden können. Aber ich zeige nachher nochmal konkret sozusagen die Gliederung. Ich will noch trotzdem ein bisschen ausholen, weil, also bevor ich zu der eigentlichen Anhörung komme und den Fragen, die debattiert wurden, weil natürlich der Staatsräger, den ich jetzt nicht näher erklären will, aber ich wollte wenigstens nochmal sagen, worum geht es da. Im Wesentlichen ist es eine staatliche Schadsoftware, eine Malware halt, die entweder die Telekommunikation auch spionieren soll oder aber auch den Zugriff auf die Festplatte ermöglichen soll und die so einen klassischen Ablauf hat. Man macht eine gewisse Zielsystemanalyse, die unterschiedlich genau sein kann. Man klöppelt diese Software zusammen, was man in der Regel von einem Dienstleister machen lässt, das ist so modular, dann bringt man sie auf, entweder remote oder aber wie in den Fällen, die wir später untersucht haben, ein CCC, indem man direkten physischen Zugriff nimmt. In dem Fall, den wir untersucht haben, war der eine Fing-G-T-Zollkontrolle am Flughafen, wo man den Rechner mal kurz aus den Augen des Besitzers nahm und dann diese Schadsoftware raufbrachte. Dann hat man natürlich eine Komponente der Steuerung auf dem Zielsystem. Und ich habe jetzt noch fünftens Entfernung dazu geschrieben, aber wir wissen ja, sonst hätten wir die Binaries von den mehreren Staatsräulern nicht bekommen können. Die Entfernung scheint optional zu sein. Die ist natürlich aber eigentlich vorgesehen, so im Behördenvorgehen. Im Behördendeutsch heißt die Remote Forensic Software ein interessanter Neusprich, weil natürlich nicht wirklich um eine forensische Analyse geht es schon gar nicht, weil natürlich einige forensische in Bezug auf die Beweissicherung wichtige Techniken gar nicht eingehalten werden, da man natürlich die Schadsoftware in der Benutzung modifizieren kann. Man kann Module nachladen. Entsprechend ist das eigentlich nicht wirklich eine forensische Untersuchung in diesem informatischen Wortsinn. Es gibt eine Unterteilung, die aus meiner Sicht artifiziell ist, die sich aber zieht, bereits seit 2008 durch alle Papiere, die seitens der Behörden da so kommen, nämlich die Unterscheidung in den sogenannten kastrierten Staatstrojaner-Quellen-TKÜ. Quellen-TKÜ steht für Telekommunikationsüberwachung an der Quelle, also auf dem Rechner. Dieser Trojaner soll nur ausschließlich die Kommunikation überwachen und dann der sogenannten Online-Durchsuchung, der dämlichste Begriff, den man sich vorstellen kann für eine Spionagesoftware, weil natürlich da nichts online durchjucht wird, der den vollen Zugriff erlaubt. Also eine Online-Durchsuchung hat deutlich höhere rechtliche und möglichst auch technische Hürden. Die Quellen-TKÜ wird in diesem, ja, in dem Milieu der Behörden eher immer verglichen mit einer Telekommunikationsüberwachung. Diese Argumentation zu widerlegen war uns schon wichtig 2008. Da war auch schon der CECC-Sachverständiger, da hat damals Andreas Burg für uns gesprochen. Das haben wir natürlich dieses Mal auch betont. Ich werde auch kurz nochmal, in aller Kürze allerdings nur nochmal kurz sagen, wie unsere technische Argumentation da war. Dennoch zieht sich durch diesen Gesetzentwurf auch, dass immer eine Unterscheidung gemacht wird, will man mit einem Trojaner nur eine Kommunikation abschneuchern oder ist die gesamte Festplatte der Durchsuchung eröffnet. Das sollte man halt im Hinterkopf haben. Ich habe nochmal ein Zitat aus 2007. Damals gab es ja diese langen Fragenkataloge, die vom Justizministerium und Innenministerium beantwortet wurden, wo sie vor allen Dingen auf jeder Seite immer betonten, dass es auf gar keinen Fall zu erwarten sei, dass die RFS, also der Behördensprecher vom Staatsrujaner, irgendwann entdeckt wurde, hat sich natürlich dann als falsch erwiesen. Es war so ein bisschen wie ein Elefant im Raum in Karlsruhe, weil natürlich klar war, dass mit der ziemlich genauen Analyse von uns einige Dinge nicht mehr abzustreiten waren. Also bestimmte Argumentationen, die wir 2008 noch gehört hatten, die wurden natürlich nicht wiederholt, da man ja durch die Analyse, die übrigens auch Teil der Akten wurde, in dieser neuen Anhörung einige technische Fakten schlicht nicht mehr abstreiten konnte. Ich habe jetzt nochmal das Bild mitgebracht, ich werde aber nicht genau erläutern, was der von uns analysierte Digitalstrojaner konnte. Ich habe jetzt nur nochmal eine Zusammenfassung gebracht, entsprechend unserer Analyse, die man ja nachlesen kann und die natürlich bei ccc.de hängt und eben auch zu den Akten dort gegeben wurde, ist es keine Quellenticke, sondern es war eben genau eine Online-Durchsuchung, weil eben diese Nachladefunktionen möglich waren. Vor allen Dingen war aber bei unserer Analyse vollkommen klar, dass es eklatante, wirklich sehr amateurmäßige, handwerkliche Mängel hatte, Implementierungsfehler mehrerer. Die Befehle an den Trojaner wurden unverschlüsselt übermittelt, die Datenausleitung passierte teilweise über einen Command-and-Control-Server in den USA, also wurde sozusagen auch noch in andere Jurisdiktionen übertragen. Die Ausnutzbarkeit von Dritten war ohne Zweifel gegeben, wir haben ja selber einen Command-and-Control-Server gebaut. Hinzu kam, dass die Behörden für die Vorlaufzeit, wir haben eine gewisse Vorwarnung vor der Veröffentlichung am 8. Oktober, in der damals zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als Frank Schulmacher noch lebte, eine Vorwarnzeit den Behörden gegeben, die waren nicht in der Lage, diesen Command-and-Control-Server abzuschalten. Also da war eine ganze Reihe von technischen Unzulänglichkeiten. Zusätzlich kam dazu eine Fernsteuerungsfunktion und damit auch eine Möglichkeit zum Nachladen, also nicht nur zum Befehle senden, sondern eben auch zum Modul nachladen und damit eben zum Ausführen beliebiger weiterer Schadsoftware, die man nachladen konnte oder aber auch entfernen konnte. Entsprechend war die Debatte sofort da über die Manipulation von Daten, aber auch das Platzieren von Daten, Löschen von Daten, was sozusagen technisch möglich gewesen wäre. Etwa von unserer Seite ein Reverse-Engineering-Projekt, also entsprechend können wir natürlich aus der Binary-Analyse nicht wissen, ob tatsächlich so etwas vorgenommen wurde, weil wir hatten ja nicht den Source-Code oder aber auch eine Beobachtung der konkreten Benutzung so einer Spionagesoftware. Dennoch war die technische Möglichkeit gegeben, was natürlich gerade aufgrund des Urteils von 2008 nicht rechtmäßig ist und zumindest auch in einem Fall vom Landgericht Landshut teilweise auch als unrechtmäßig erkannt wurde. Denn in dem Urteil von 2008 steht sehr klar, dass es nicht nur rechtliche, sondern auch technische Beschränkungen geben muss, dass eine Quellen-TKÜ eine Quellen-TKÜ bleibt und eben keine Unwanderungssuchung ist. Es stellten sich noch so ein bisschen größere Fragen, nämlich generell die Frage der Software-Sicherheit wegen der handwerklichen Mängel, aber natürlich auch der Beweissicherheit. Das bezieht sich dann so ein bisschen auf die sichere Protokollierung. Wenn man in einem Strafverfahren gegen den Verdächtigen vorgelegt, ging ja hier insbesondere um einen Fall einer Firma, die Pharmazeutika exportiert und importiert, die also als diese ganze Firma wurde sozusagen als Bandenkriminalität verfolgt. Da geht es natürlich auch darum, dass man, wenn man das später in dem Strafverfahren verwenden will, wie beweissicher solche Daten, die man darüber erlangt, sind. Die Fragen wurden jetzt in Karlsruhe relativ wenig angesprochen. Wir haben sie natürlich in der Stellungnahme angesprochen. Aufgrund aber der Fülle von Problemen, die dort diskutiert wurden, war nicht im Mittelpunkt. Das ist natürlich dennoch eine problematische Sache, denn wenn man sich später mit Hilfe seines Verteidigers wehren will, dann braucht man ja auch eine gewisse Sicherheit, dass nicht Daten auf dem System platziert, gelöscht oder modifiziert wurden. Und deshalb ist die Beweissicherheit natürlich nicht ganz unwichtig. Es spielte damals noch nicht so eine große Rolle, 2008, weil das ja damals nicht ein BKA-Gesetz war, also ein Polizeigesetz, sondern ein Gesetz eines Geheimdienstes, namentlich des Verfassungsschutzes NRW. Und da spielt ja diese Beweissicherheit wenig eine Rolle, die sammeln ja in erster Linie Informationen und die sind ja für den Strafprozess dann weniger, oder für die Verteidigung in einem Strafprozess, weniger von Bedeutung. Es gab einige politische Reaktionen, die ich hier in aller Kürze benennen will, weil sie eine Rolle spielen bei der Anhörung. Zum einen der konkrete Fall, den wir eigentlich nicht veröffentlichen wollten, aber wo der Betroffene und sein Anwalt selbst an die Öffentlichkeit ging, nämlich gerade dieser Mensch, der in dieser Medikamente-Import-Export-Firma da arbeite, der ist ja damit an die Öffentlichkeit gegangen, der war ein bayerischer Fall. Und der bayerische LKA und der bayerische Innenminister Herrmann haben damals ja auch eingeräumt, diese Software zu benutzen. Deswegen gab es an den bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, ein Ersuchen, die einstehigen Verfahren in Bayern zu überprüfen. Das ist auch geschehen. Die Stellungnahme findet sich mittlerweile im Netz und ist extrem interessant zu lesen. Wenn man Lust hat, zwar gab es dort einige Mängel in Bezug auf die rückwärtige Überprüfung dieser Verfahren, weil einige Sachen einfach nicht einsehbar oder protokollierbar sind. Da konnte also der bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Petri nicht viel machen. Dennoch ließ sich jetzt sehr interessant, gerade wenn man die Analyse des Staatsruhörners vom TCC kennt. Diese gingen natürlich in das Verfahren ein, da ja eben nur der bayerische, wie auch der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar solche Berichte abgegeben haben wird, ist nämlich die zweite politische Reaktion, dass der Innenausschuss ebenfalls so einen Bericht beauftragt hat. Der ist zwar geheim gestempelt gewesen, der hat aber seinen Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Man findet den auf ccc.de und so war in den Akten, man kriegt, wenn man Sachverständiger ist, immer so einen richtig großen Stapel Papier, sehr viel Papier. Da war der dabei, aber in der Version, wie er auf ccc.de stand, da der Geheimstempel dann nicht mehr vorhanden war, konnte der wohl in die Akten kommen. Der ist ebenfalls interessant, weil Peter Schaar dort einige Details veröffentlicht hat über die Praxis des Einsatzes, die wir natürlich aus einer Reverse Engineering Analyse nicht wissen konnten. Insbesondere die Transkription eines Telefonsexgesprächs, was also nicht nur aufgezeichnet wurde, was rechtswidrig ist, sondern auch noch transkribiert. Aber generell auch viele Mängel, die wir vermutet hatten, aber die erst durch diese Berichte eigentlich wirklich bestätigt wurden. Insofern waren die wichtig, dieser Bericht ging natürlich auch in diese Anhörung ein. Es gab damals auch einige Versprechungen, ihr erinnert euch, war diese kurze Episode in der Berliner Politik, wo Friedrich unser Innenminister war, CSU, wenn sich noch jemand erinnert, deswegen habe ich mal ein Bild dahin getan, wo es lange auch um die Frage der Überprüfung ging. Also um die Frage, wer sieht eigentlich den Quellcode ein, wer kann ihn potenziell einsehen in Bezug auf die Behörden, aber auch in Bezug auf den Richter, der dazu genehmigen hat, in Bezug auf die Betroffenen, die möglicherweise im Strafprozess damit später konfrontiert sind. Und die Frage, ich habe es jetzt hier mal aus einem Interview, kurz nach der Veröffentlichung im Oktober 2011, nämlich ob überhaupt jemand in der Lage ist, von den Beamten diesen Trojaner von Digitast zu überprüfen und das hat damals mit großer Selbstverständlichkeit der Innenminister bejaht, in Wahrheit bestand bis 2011 ein Lizenzvertrag mit dem BKA für genau diesen Digitast-Trojaner, den es allerdings in verschiedenen Versionen gibt, der den Zugriff auf den Quellcode vertraglich ausgeschlossen hat, also ist diese Antwort faktisch falsch, also und auch tatsächlich falsch. Zum anderen war bei diesem Trojaner keine Möglichkeit vorgesehen, dass man kernbereichsrelevante Inhalte unter Beibehaltung der Protokollierung löscht, das war einfach technisch nicht vorgesehen. Warum erwähnt ich das? Die Kernbereichsfrage ist eine sehr entscheidende. Der Kernbereich privater Lebensgestaltung ist der juristische Begriff für die Intimsphäre eines Menschen, also um zu unterscheiden von der Privatsphäre, das meint tatsächlich Gespräche mit sehr engen Freunden oder Verwandten über den Kernbereich sozusagen der Lebensgestaltung, ist so ein bisschen ein typischer juristischer Begriff eigentlich, aber ich finde ihn ganz treffend, wenn man darüber nachdenkt. Also dieser Kernbereich, der ist in Deutschland in dieser Weise geschützt, dass er an der Menschenwürde angebunden ist und entsprechend nicht verletzt werden darf. Deswegen war diese Frage der Löschung, der technischen Möglichkeit der Löschung natürlich wichtig. Ich komme nachher nochmal auf den Kernbereich zurück, weil das war einer der zentralen, also von den zwei zentralen Punkten, die dort sehr intensiv debattiert wurden. Ich kann das tatsächlich nicht in der epischen Breite, wie dort fast zwei Stunden debattiert wurde, wiedergeben, weil wir versuchen, die Essenz und möglicherweise auch die Implikationen, die sich für das Urteil und auch für die Zukunft der Infiltration von unseren Rechnern und allen informationstechnischen Systemen, das betrifft ja nicht nur Rechner, sondern alle informationstechnischen Systeme, daraus ergeben wird. Insgesamt, ich würde nochmal betonen, alle Maßnahmen, die später bekannt wurden auf Landes- und auf Bundesebene, wurden auf Basis von richterlichen Maßnahmen, also Anordnungen durchgeführt, das ist in Deutschland so vorgegeben, war auch immer so. Aber daran sieht man natürlich, dass der Richtervorbehalt ja immer wie so eine Monstranz als politisches Argument von Politikern vor sich her getragen wird, letztlich natürlich faktisch gar nichts bewirkt. Die haben den Digitas-Trojaner mit all den Unzugänglichkeiten, vor allem aber auch mit den rechtlichen Überschreitungen, nämlich, dass nicht nur Telekommunikation abgegriffen wird, immer alle durchgewunken. Schon aufgrund der faktischen Unmöglichkeit wirklich zu prüfen. Sie müssen ja letztlich glauben, was der Hersteller ihnen versichert hat. Es gab noch ein paar politische, ich komme tatsächlich gleich zu der Anhörung, wirklich. Es gab noch ein paar politische Versprechungen, ich musste nur deshalb erzählen, damit man weiß, welche alle nicht eingelöst wurden und weil ich darauf gleich zurückkomme. Man hatte damals versprochen, im Eifer des Gefechts, wahrscheinlich ohne sehr viel nachzudenken, man muss ja nur irgendetwas der Presse geben, die sich ja aufregte über diese Staatsröhre seiner Veröffentlichung, dass man vorhandene Softwarelösung bundesweit evaluiert, dass man vor allen Dingen eine standardisierte Leistungsbeschreibung, also so eine Art Pflichtenheft, entwirft und einen Qualitätssicherungsprozess unter Einbindung eines unabhängigen Expertengremiums einberufen wird. Dieses Expertengremium sind unabhängige, das ist dann irgendwie der Geschichte und dem Schleier der Geschichte verloren gegangen, darüber redet heute keiner mehr übrig geblieben ist, aber die standardisierte Leistungsbeschreibung, die tatsächlich existiert, die ist laut den Angaben im BKA, in der Anhörung so etwa zehn Seiten lang und beschreibt eben, welche technischen Vorstellungen sie haben, vor allen Dingen für die Teile, die sie nicht selber entwerfen, sondern dazukommen. Dann war die zweite wichtige politische Versprechung, dass sie anfangen, die statische Software letztlich selbst zu entwickeln, insbesondere im Bereich der Quellentickerü, das war immer nur für die Quellentickerü betont, nicht aber für die Online-Durchsuchung, wahrscheinlich aufgrund technischer Schwierigkeiten, das zu tun, und zwar im Kompetenzzentrum Informationstechnische Überwachung im BKA. Faktisch hat sich dann aber in den Jahren, das zieht sich ja, also wenn wir eh gar nicht daran erinnern, ja, Urteil 2008, BKA-Gesetz kam erst Jahre später wirklich in der Anhörung zu sprechen, zwischendurch die Veröffentlichung, dann noch die neue Debatte über IT-Security und Malware im Rahmen der Snowden-Veröffentlichung, also da ist ja eine ganze Menge Veränderung und ich glaube auch eine gewisse Veränderung der Sicht auf solche Spionages, auf der staatliche, hinzugetreten. Es ist ja nicht nur die Veröffentlichung des Staatsfreundes und CCC, ich darf an die Veröffentlichung von Citizen Lab erinnern, also sich überhaupt staatliche Malware genauer anzusehen und deren Fähigkeiten, ist ja so ein bisschen zum Trendsport unter Aktivisten geworden. Das spielt natürlich alle in die Diskussion in gewisser Weise hinein, obgleich man im Hinterkopf haben muss, dass da in erster Linie erstmal Juristen streiten, denen man natürlich versuchen kann, einige technische Fakten mitzugeben, um sie möglichst in die Entscheidung einfließen zu lassen, für uns die zentrale Motivation zu machen. Anders als es versprochen wurde, war tatsächlich dann so, dass sie zwar erstmal den Digitas-Trojaner zu den Akten gelegt haben, aber tatsächlich 150.000 Euro den Fintfischer, also die Malware von Gamma gekauft haben. Das gibt auch dazu eine Bestätigung. Ich habe hier mal ein Stück von Netzpolitik.org, die damals beim BKA mal nachgefragt haben, ob die Presseberichte und auch die Summen stimmen, aber eben auch Kontakte zu Hacking-Team, die eben ganz kurz vor der Anhörung öffentlich wurden. Der BKA hat seine Fühle ausgestreckt bei den wenigen fragwürdigen Firmen, die da solche staatliche Spionagesoftwaren bieten. In der Anhörung kam tatsächlich, da sind auch zumindest einige, zumindest zwei vom BSI und vom BKA technische Sachverständige von Seiten der Behörden dort gewesen, haben sie immer nur betont, dass es vor allen Dingen um die Eigenentwicklung geht. Also diese kognitive Dissonanz zwischen, wir haben uns eigentlich mit all diesen Firmen getroffen und teilweise eben auch Geld bezahlt, auch an IAA Solutions, also da waren noch andere Firmen, wo man versucht hat, mal Test reinzumachen, die wurde da gar nicht näher besprochen, da wurde immer nur betont, dass wir als BKA quasi jetzt Eigenentwicklung, das wurde sehr betont. Ich will nochmal kurz den Paragrafen nennen. Im BKA-Gesetz ist der 20K, der diese Online-Durchsuchung erlaubt, der ist im Wesentlichen, lehnt sich sehr stark an das Urteil an. Also man hat die Gründe, die in dem Urteil 2008 stehen, relativ gut kopiert in das Gesetz und beschreibt eben den sogenannten, also im Behördenspräch verdeckten Eingriff in ein informationstechnisches System. Das ist also eine sehr breite Definition von Spionagesoftware und vor allen Dingen auch von den Geräten, die es betreffen kann. Dieser Begriff ist ja eigentlich nicht von den Behörden geprägt, sondern stammt auch aus dem Urteil, die 2008, haben die Richter schon sehr klar gesehen, dass wir hier nicht über PCs reden, sondern sie haben nicht nur Mobiltelefone, sondern alle informationstechnischen Geräte reingenommen. Das war aus meiner Sicht sehr weitsichtig. Uns würden wir, glaube ich, heute auch noch sehr viel stärker über Spionagesoftware für Computer reden und nicht für alle möglichen Geräte, die computerartig sind. Ich hatte zu der Abgrenzung schon einiges gesagt, die ist heute nicht klarer als früher. Darauf haben wir in unserer Stellungnahme wieder quasi rumgehackt. Es ist in dem Urteil auch schon sehr klar, dass der eigentliche Schritt und die Grundrechtsverletzung die Infiltration des Systems ist und nicht unbedingt, was danach getan werden kann. Aber juristisch ist das natürlich eine Unterscheidung. Vor allen Dingen wird sie aber von den Behörden sehr häufig benutzt, weil man eben bei der Quellen-TKÜ sagt, hey, das ist ja nur TM-Kommunikation, die wir da ausleiten. Sie ist es natürlich nicht. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel die Application Shots, die im Rahmen dieser Trojaner gemacht werden können, die natürlich wiederum Daten, die mit der laufenden Telekommunikation zusammenhängen, die gar nicht betreffen. Das ist natürlich ein Problem, was man technisch nicht so richtig lösen kann. Da es ja nicht wirklich eine Semantik gibt bei dieser Spionagesoftware, es gibt ja nicht wirklich eine Unterscheidung, bei welcher Semantik von Daten wir hier reden, sondern man hat ja bestimmte Funktionen, die man einprogrammiert und eben nicht eine Unterscheidung der inhaltlichen Art, was da gerade auf dem Rechner läuft und welche Daten man jetzt hier aufzeichnet und ausleitet. Ich fand noch ganz nett, die ist nicht von mir, diese Analogie, die Juristen bemühen sich ja immer sehr um Analogien, aber ich fand sie eigentlich nicht schlecht. Das ist eine Analogie zu E-Mails. Man hat sich also diese Quellen-TKÜ, die ja auch E-Mail-Kommunikation betreffen kann, nicht immer nur Skype und andere Internet-Telefonie, ganz hübsch beschrieben mit der Vorstellung, jetzt wenn man einen Brief, einen Papierbrief, den man schreibt, schon beim Absenden, auf dem Schreibtisch liest, bevor man die überhaupt in den Umschlag steckt und wegschickt. Aber aus meiner technischen Sicht würde ich natürlich hinzufügen, dass man auch alle Vorversionen mitliest. Also etwa bei der E-Mail, wenn ich Sachen weglösche, das war ja auch gerade die Problematik, also oder gar nicht abschicke. Bei den Application-Shots war man ja letztlich erfasst, was jemand tippt, ob er später zur Kommunikation macht, indem er es abschickt oder nicht. Natürlich schwierige technische Fragen, wo oft betont wird, dass man versucht, technische Lösungen zu finden. Aber aus meiner Sicht natürlich illusorisch. Man wird, wenn man Browserfenster mit so einem Screencast festhält, nicht unterscheiden können, ob die Sachen, die da getippert werden, jemals eine Kommunikation werden, weil die Entscheidung eben ja dann erst fällt, wenn der jemand die E-Mail abschickt oder auch die Chat-Nachricht. Danke. Okay. Ich will ein bisschen was zu der Anhörung sagen. Wie gesagt, das ist viele Stunden lang. Ich möchte aber zwei Dinge erwähnen. Deswegen diese wunderbare Bild. Die eine Person, die wir wahrscheinlich alle kennen, ist unser Innenminister de Maizière daneben. Das ist eine relativ unbekannte Frau. Die heißt Andrea Vosshoff. Das ist unsere Bundesdatenschutzbeauftragte. die glänzte durch Abwesenheit. Das ist also die Prüfbehörde, die BKA überprüft. Sie ist nicht erschienen zu der Anhörung. Das fand ich bemerkenswert. Bemerkenswert ist aber genauso, dass der Bundesinnenminister gekommen ist. Ich habe sehr viele Anhörungen in Karlsruhe erlebt, wo die betroffenen Minister nicht erschienen sind. Es ging sogar so weit, dass der Vertreter der Bundesregierung dort, Christoph Möllers, also als Jurist, sozusagen Bevollmächtigter, auf sein Eingangsstatement, was das üblicherweise besprochen wird, verzichtet hat. Und selber, er ist ja auch Jurist, dafür ein Statement gegeben hat. Also keine juristische Argumentation, sondern eine politische Rede, was eine bemerkenswerte Sache war. Denn zumindest in meinen früheren Erfahrungen in Karlsruhe, ich bin ja nur kein Jurist, aber ich habe ja einige in dieser Anhörung teilgenommen, waren die Minister in der Regel nur durch Abwesenheit glänzend. Insofern war das natürlich eine politische Statement, aber auch für die Presse dann interessanter, wenn der Minister aufläuft und aber auch eine Rede hält. In der Rede hat er im Wesentlichen gesagt, dass ohne BKA-Gesetz wir von ISIS-Terror in Deutschland bereits überzogen worden wären, dass es sich lediglich um 340 Gefährder handelt, die damit hier in Deutschland verfolgt werden. Er hat aber auch gesagt, dass es derzeit nur weniger als fünf Quellen-TKÜs gibt und seit 2009 auch nur eine Online-Durchsuchung, also dass es sehr sparsam eingesetzt wird, aber das hat natürlich die Juristen nicht überzeugt. Es geht ja nicht darum, wie die Praxis in den Behörden derzeit ist und wie technisch unzulänglich die Spionagesoftware ist, sondern was man in dem Gesetz eigentlich erlaubt. Ich habe jetzt mal so eine Verhandlungsschätzung mitgebracht, nur wenn man mal eine Vorstellung bekommt, was da so besprochen wurde, gibt also so ein bisschen Formalien-Sachbericht und einleitende Stellungnahmen, die in dem Fall eben der Minister selbst gemacht hat, auf Seiten der Beschwerdeführer dann Vokat Hirsch und Sönke Hilbrands für beide Beschwerdeführerseiten, die ein bisschen unterschiedliche Argumentationen haben und dann kommt man zu einer stundenlangen verfassungsrechtlichen Bewertung, die aufgeteilt wird in einzelne Problembereiche. Man hat also über die Befugnisse gesprochen im Einzelnen, also die technischen Überwachungsbefugnisse. Welche Voraussetzungen gibt es dafür? Welche technischen Gegebenheiten? Wie ist die Praxis, sowohl die Verwaltungspraxis wie auch die technische Praxis? Dann im zweiten Teil, was ein wichtiger Kern war, wie ist der Kernbereich Schutz gegeben? Wie wird es technisch, praktisch und in dem Gesetz selbst umgesetzt? Das ist halt sehr unterschiedlich für die einzelnen Paragraphen, insbesondere 20, also CARBES, die haben verschiedene Buchstaben für die verschiedenen technischen Überwachungsmöglichkeiten, die dort erlaubt sind und da waren teilweise die Voraussetzungen unterschiedlich. Das wird dann einzeln besprochen. Und die Berufsgeheimnisträger, wie eben Ärzte und vor allen Dingen über Anwälte wurde natürlich viel gesprochen, es sind halt viele Juristen da, er wurde nochmal extra, so ein, ja, ich sag mal, in mehreren Verfassungsbeschwerden und Urteilen vorher sind Berufsgeheimnisträger eben besser gestellt und da hatte man verschiedene rechtliche Mängel. Dann ging es in dem dritten Teil, der ein bisschen kürzer war, um Benachrichtigungspflichten von Betroffenen, die so ein Trojaner kriegen oder sonst irgendwie überwacht werden, Speerangriff, da gibt es ja auch die Möglichkeit, Wanzen und Wohnungen, längerfristige Observationen, optische Überwachung und so weiter, Rasterverhandlung. Wie der Rechtsschutz aussieht, wie sie auf sich der Behörden aussieht, von der nicht anwesenden Bundesdatenschutzbeauftragten, dann aber auch, wie wird protokolliert, gerade bei der technischen Überwachung und wie ist es mit der Löschung, denn da gibt es ja auch gewisse Pflichten. Dann gab es zwei letzte Teile, die die Übermittlung dieser Daten aus den verschiedenen technischen Überwachungsarten, ins Inland betreffen, denn wir haben eine Zweckbindung und man kann die ja nicht einfach an andere Behörden, die möglicherweise ganz andere Zwecke haben, übermitteln, da gab es also Kritik und noch so ein Teil Übermittlung des Auslands, also der allgemeine Datenhandel unter den Behörden ist ja bekannt, die aber deutlich kürzer behandelt wurden und der Trojaner war halt insbesondere in den Punkten 1 und 2 eine Rolle spielend. Ich will ziemlich kurz unsere Argumentation mal darlegen. Ich hatte das Glück, relativ viele dieser Punkte auch mündlich sagen zu können. Diese Anhörungen sind nicht immer so, dass sich alle Sachverständigen darauf verlassen können, dass sie ihre Argumentation auch bringen. Das lag vor allen Dingen an der Fülle der Fragen, aber so ein bisschen auch an der Verhandlungsführung. Das ist nicht immer sehr strukturiert. Es gibt vor dieser Anhörung immer noch so eine Besprechung mit den Betroffenen, also die Beschwerden, die Bundesregierung, die da übrigens, also BMI kam, mit einer Kompanie da angereist, wo die Richter auch nochmal betonen, dass sie natürlich auch einen Dialog wollen. Also das ist nicht immer so festgefahren, das hat schon was von einer Verhandlung und einem Gespräch. Aber das führt natürlich dazu, dass nicht alle Sachverständigen alle ihre Punkte auch machen konnten, schon aufgrund des Zeitdrucks. Da hatte ich also ein bisschen Glück, weil ich A relativ thematisch relativ früh dran war und B das Interesse an den technischen Fakten verhältnismäßig groß ist. Der zuständige Berichterstatter, Professor Masing, der hatte natürlich über die Jahre, die ja in Karlsruhe da schon liegt, zu den juristischen Fragen geschrieben. Also es gibt ein vielseitiges Gutachten und davon nochmal eine Exwerpierung und so weiter. Aber diese technischen Fragen, die waren schon von einem gewissen Interesse. So hatte ich halt Glück, dass ich es noch relativ deutlich machen konnte. Ich will es aber nur in ein paar Stichpunkten sagen. Zum einen ging es uns, und das steht natürlich so in der Stellungnahme, nochmal um die Abgrenzung und wo wir die Schwierigkeiten zwischen der Abgrenzung zwischen einem kastrierten Staatstrojaner und der Online-Durchsuchung sehen und wie schwierig es eigentlich ist in der Unterscheidung, dass wir letztlich aus einer technischen Perspektive sagen müssen, das ist eine rein technische Beschränkung, die letztlich aus technischer Perspektive wenig Sinn macht. Wir haben die Risiken, die sich natürlich damit verbinden, angesprochen. Das war uns auch wichtig, die Debatte um die Frage, der Zukauf von Sicherheitslücken generell. Befeuert man mit Behördengelder diesen Schwarzmarkt? Da wollten wir nochmal diese Problematik aufwerfen, dass man, indem man zulässt, dass der Staat sich Sicherheitslücken kauft, diesen Schwarzmarkt natürlich damit auch finanziert, dass man da neue Schwierigkeiten in der IT-Sicherheit aufmacht. Wir haben natürlich über den Kernbereich gesprochen. Also wie ist es überhaupt möglich, dass man einer Spionage-Software sagt, hier beginnt die Intimsphäre eines Menschen und war das also technisch nicht möglich. Das ist nicht immer leicht zu übersetzen, weil natürlich so die Vorstellung, also die Vorstellung davon, was eine technische Software kann in Bezug auf die Unterscheidung, worüber ein Mensch gerade spricht oder welche Art von Daten auf der Festplatte durchsucht werden, oft so eine Art, das ist ein bisschen Science-Fiction-Wissen, also wie bei Science-Fiction-Filmen. Und die Vorstellung, so ein Computer könnte quasi auch semantisch unterscheiden, worüber jemand gerade spricht und darüber mal zu sprechen war uns wichtig. Dann die Frage der nachträglichen Prüfung, also die Frage des Quellcodes. Wer sieht den ein, wer darf später auch auf die Binarys Zugriff nehmen, wenn er zu dem Einsatz von solchen Trojanern kommt, also wie kann man sich auch dagegen wehren? Ist eine Musterprüfung, wie sich die Behörden das vorstellen? Also dass man von der Firma, mit der man zusammenarbeitet, eine Art Baumuster kriegt und dann gilt die Zertifizierung für alle. Was ist überhaupt die Problematik bei diesen Zertifizierungen? Im Fall des BKA-Trojaners macht das BSI, der BSI prüft aber nur die Krypto. Also dann natürlich die Frage der Dienstleister. Da war der Hacking-Team Hack, der ja unmittelbar vorher passierte und auch schon in den Medien war ein gutes Beispiel, an dem man einige von den Prozessen in diesem Markt, wo diese Sicherheitslücken vertickt werden, die ja, wie wir sowieso aus den NSA-Veröffentlichungen wissen, im Wesentlichen von Staatsgeldern bezahlt wird, konnte man nochmal klar machen, dass die natürlich ihrerseits Sicherheitsprobleme haben. Nicht nur, dass sie mangelhafte Qualität liefern in Bezug auf die Spionagesoftware, sondern dass sie selber offenbar ihre Netze nicht sichern können. Und also diese Fragen haben wir versucht, da mit reinzuholen. Was mir persönlich nochmal wichtig war und was wir auch in die Stellungnahme geschrieben haben, ist natürlich aber die Frage, die das Gericht selbst Gesamtüberwachungsrechnung nannte in einem früheren Urteil. Also die Frage, welche Art von technischen Überwachung wollen wir eigentlich zulassen und muss man nicht mal darauf achten, was kommt da eigentlich zusammen? Und ist das nicht für diese kernbereichsrelevanten Fragen, also wo, ab wann beginnt es eigentlich, wo man eine vollständige Leuchtung eines Verdächtigen, und in diesem Fall sind es ja nicht mehr Verdächtige, sondern hier geht es ja um präventive, also Gefahrenabwehrmaßnahmen, wo eben gerade keine konkreten Tatverdachte vorliegen, sondern nur eben Verdächtigungen, Gefährder. Wann hat man die denn komplett durchleuchtet? Also es war uns relativ wichtig, diese Fragen nochmal aufzuwerfen, die das Gericht ja selber mal betont hat. Ich will deswegen an diesen dritten Leitsatz aus dem alten Urteil nochmal erinnern, denn die Problematik, dass natürlich wir auf diesen Rechnern und Mobiltelefonen, die unser ausgelagerten Gehirne sind, unglaublich viel private Sachen, aber eben auch intime, in diesem juristischen Sinne, der Intimsphäre zuzuordnenden Daten haben, Filme und auch Kommunikation, war mir wichtig, es wurde schon 2008 betont, denn es sagt hier ganz klar im dritten Leitsatz, dass das Gesetz zu solchen Eingriffen ermächtigt, Vorkehrung enthalten muss, um den Kernbereich zu schützen. Und genau das ist nicht passiert und schon gar nicht in einer konsistenten Weise. Das haben die Beschwerdeführer auch sehr gerügt. Also um mal ein bisschen zu urakeln, für das Urteil gehe ich schon davon aus, dass insbesondere dieser Kernbereichsschutz ein Knackpunkt sein wird und ich habe auch gar keine Zweifel, dass das BKA-Gesetz zumindest in Teilen verfassungswidrig sein wird, denn sie haben, muss ich schon sagen, in der Anhörung die Argumentation des BMI und auch den Vertreter, den Rechtsvertreter Möllers da schon ganz schön auseinandergenommen, denn die Rechtsprechung ist eben relativ deutlich aus Karlsruhe. Also vor allen Dingen aber, dass man in den verschiedenen technischen Überwachungsmaßnahmen den Kernbereichbeschutz nicht überall überhaupt gut geregelt hat. Also ich denke, daran wird sicherlich das BKA-Gesetz auch scheitern. Sicher wird das Urteil, aber also es wird sicherlich nicht sagen, der Schadzreuaner wird insgesamt zu den Akten gelegt. Da sind meine Hoffnungen gering, obwohl ich es mir natürlich wünschen würde. Es wird sicherlich wieder so wohl als auch. Dennoch, aus meiner Sicht wird die Frage, wie sie in ein Gesetz schreiben, wie sie bei solcher Infiltration diese Menschenwürde schützen, die würden eine zentrale Rolle spielen. Ich habe jetzt noch mal kurz die Ableitung, aber ich lasse es jetzt mal weg. Da spielt vor allen Dingen eine Rolle, dass sie vorher irgendwie prognostizieren müssen, ob bei einer technischen Überwachungsmaßnahme möglicherweise kernbereichsrelevante Inhalte dabei sind. Also würde da zu einem wirklich intimen Gespräch kommen. Und da ging es um eine interessante Frage in Karlsruhe die ganze Zeit, nämlich ob man mit einer automatisierten Aufzeichnung, wo also kein Mensch rüber guckt, den Kernbereich vielleicht schützen würde. Wogegen sich die Beschwerdeführer extrem gewehrt haben, weil sie gesagt haben, damit würde man ja quasi eine Automatisierung, eine Speicherung auch von möglicherweise kernbereichsrelevanten Inhalten haben. Denn ich will das nochmal betonen, das darf nicht aufgezeichnet werden. Die Verletzung ist nicht okay, egal, was man jemandem beschuldigt. Diesen Kernbereich der Menschenwürde, den sichert man jedem Menschen zu. Und den Menschen, die dort überwacht werden, denen wird keine Art von konkreter Verdacht vorgeworfen. Das ist nur eine präventive Befugnis. Entsprechend, also das wird ein interessanter Punkt, betrifft aber auch das Löschen der Notizen etwa oder Transkripte, wie wir sie auch in dem Bericht von Peter Schaar gesehen haben, was ja auch tatsächlich passiert ist. Ein ganz bisschen will ich noch über die nahe Zukunft reden, die in Karlsruhe nicht mehr intensiv zur Sprache kam. Zum einen, was werden wohl informationstechnische Geräte sein in ein paar Jahren, die der Inflation offen stehen? Das ist natürlich eine offene Frage, die wurde auch schon 2008 besprochen, aber in den Jahren hat sich natürlich auch eine Menge getan. Und wird es überhaupt noch Bereiche geben, die nicht digitalisiert sind? Das ist aus meiner Sicht natürlich eine sehr spannende Frage. Und in Karlsruhe wurde häufig schon zu Volkszählungsurteilszeiten relativ weit in die Zukunft geblickt. Also das ist meine Hoffnung, dass man daran denkt, aber natürlich auch an die ganze Frage der Mensch-Maschine-Symbiose oder sogar die Frage, wird später in der Infiltration solche Folgen wie eine Körperverletzung haben können? Also etwa wenn man denkt an medizinische Geräte oder so, die ja auch informationstechnische Geräte sind, die hackbar sind. Etwa wenn man jemanden belauschen will, dass man dessen Hörgerät abschnorchert oder so. Also ob man da in Bereiche kommt, wo man jemanden nicht nur in seiner Menschen wurde, sondern auch physisch verletzen kann, solche Fragen. Ich denke aber für das Urteil, im Konkreten wird es natürlich keine große Rolle spielen. Aber aus meiner Sicht ist die Diskussion darum eine, die wir uns nicht nehmen lassen sollten, wenn wir über die Zukunft von staatlicher Infiltration nachdenken. Im Wesentlichen ist das meine Zusammenfassung. Mir ist natürlich klar, dass viele Aspekte, die dort besprochen wurden, vor allem juristischer Natur, ich hier nicht referiert habe. Es gab natürlich eine Berichterstattung im Einzelnen, ist das aber nicht protokolliert. Das heißt, man hat eigentlich keine Möglichkeit, die vielen Knackpunkte, die dort angesprochen wurden, noch mal näher nachzulesen. Dennoch wird es natürlich im Herbst oder im Winter, wenn das Urteil kommt, auch eine längere Urteilsbegründung lesen. Was mir persönlich wichtig ist, ist, dass wir alle dafür sorgen, die Öffentlichkeit auch herzustellen. Also das heißt, dass das Urteil, was kommt, aber auch die Folgen aus dem Urteil, dass wir daran mitwirken, wie das interpretiert wird, dass wir dafür sorgen, dass es eine öffentliche Debatte gibt. Und diese staatliche Infiltration jetzt nicht zu den Akten gelegt wird, sagt dem Motto, naja, wir wissen, wir haben mit dem Staatsrein, da haben wir was falsch gemacht, aber jetzt haben wir was geregelt. Und nach dem Urteil werden sowieso wieder alle sagen, sowohl die Beschwerdeführer vor allen Dingen, aber auch die Bundesregierung, dass sie ganz zufrieden mit dem Urteil sind. Also da warte ich mit hoher Sicherheit. Und ich denke, wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir dieses Urteil mitinterpretieren und was wir daraus lesen, dass wir vor allen Dingen einmal in der Öffentlichkeit dafür herstellen, dass diese staatliche Infiltration nicht zum Normalfall wird. Weil nicht nur, dass jetzt auch die Bundeswehr irgendwie anfängt, über offensive Maßnahmen nachzudenken und die Geheimdienste sowieso den ganzen Schwarzmarkt finanzieren, sondern wenn jetzt auch noch die Polizeibehörden in diesen Markt einsteigen, dann ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr einzudämmen und noch viel mehr Firmen von dem Kaliber von Gamma und Hacking-Team werden sich da breit machen. Insofern ist es sozusagen auch meine Aufforderung an euch alle und an alle, die irgendwie mitwirken, am öffentlichen Diskurs darauf zu achten, wenn das Urteil kommt und möglichst daran mitzuwirken, diesen Staatsräger nicht zu einem alltäglichen Ermittlungsinstrument zu machen. Und letztlich, ich werde es auch noch mal sagen, wahrscheinlich würde es jetzt hier niemanden überraschen, auch und gerade nach dieser Anhörung bedenken mehr denn je der Überzeugung, dass die staatliche Inflation von informationstechnischen Systemen nicht rechtlich erlaubt sein sollte. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Okay, danke Konstanze. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten Zeit für den Q&A. Davor gibt es allerdings noch eine kurze Durchsage von der Security. Und zwar möge sich bitte der Fahrer des Fahrzeuges Berlin JF236 sofort bei Honkase melden unter der M110 unterm Deck. Bitte sofort melden. Wer ihn auch kennt, möge bitte sofort Bescheid sagen. Der parkt ungefähr 400 Autos zu. Dankeschön. Also wer jetzt noch Nerv hat, was zu fragen, kann das gerne tun. Ich weiß, dass ich immer relativ schnell rede und jetzt relativ viele Informationen in die Zeit gepackt habe. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne stellen. Entweder jetzt hier oder ich bin natürlich auch die ganze Zeit da. Gut. Wer Fragen hat, ans Mikrofon. Und dann geht's los. Ja, ich habe eine Frage zu dieser Benachrichtigung nach dieser Maßnahme. Ist es nicht so, dass das jetzt auch schon bei den normalen Telefonüberwachungen und so weiter nicht so wirklich immer erfolgt? Also auch für, sowohl für den Trojaner, wenn es jetzt nicht gerade ein geheimnisicherer Trojaner ist, gibt es eine Benachrichtigungspflicht. Das gilt auch für Telekommunikationsüberwachung und andere Überwachungsmaßnahmen. Aber in all diesen Gesetzen, wie auch hier im BKA-Gesetz, gibt es natürlich Ausnahmen, die diese Benachrichtigungspflicht aussetzen. Die sind verschiedener rechtlicher Natur. Meistens haben sie damit zu tun, dass Ermittlungen noch laufen gegen andere. Also es gibt meistens so drei, vier Gründe. Ehrlich gesagt, für den Staatsrojaner konkret kenne ich keinen Fall, der benachrichtigt wurde. Keinen einzigen. Allerdings ist natürlich auch die Anzahl insgesamt nicht sehr hoch bisher, der Einsätze. Gibt es noch Fragen? Kann ich nicht sehen, aber sprich einfach. Ja, eine Frage, du sprachst davon, dass das Bundesministerium des Inneren bei der Anhörung so in Kompaniestärke angereist sei. Und du hattest von diesem ungewöhnlichen Vorgang berichtet, dass der Innenminister selber gekommen war, aber nicht die Datenschutzbeauftragte. Dazu jetzt eine Frage, müssen die sich dann eigentlich alle persönlich vorstellen, beziehungsweise waren das Leute, die aus dem Stab, der für Verfassungsfragen zuständig sind, im BMI waren, oder waren das eben auch Leute aus den Stäben, die für BKA, Verfassungsschutz und so weiter zuständig sind? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das von allgemeinem Interesse ist, aber ich kann das gerne mal, ich kann mir mal zwei Minuten nehmen, das mal zu erklären. Also zunächst mal, mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, wenn es um technische Überwachung geht, aber auch, also wir hatten ja auch noch nicht mit Überwachung zu tun, sondern auch mit Wahlcomputer oder so. Also es gibt immer so einen Wunsch der Richter, Leute aus der Praxis einzuladen. Und das ist auch beim BKA diesmal erfolgt. Das heißt, in dieser BMI-Kompanie waren auch Leute, die tatsächlich damit zu tun haben, einmal technisch, aber auch vom Einsatz her, weil sich die Richter auch erzählen lassen, wie das in der Praxis läuft. Ich persönlich muss sagen, das mich zunehmend ärgert. Das nimmt großen Raum ein. Es hat überhaupt nichts mit der rechtlichen Regelung zu tun, weil die Praxis, also die versichern natürlich immer, dass sie damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber das ist überhaupt keine Rechtsfrage. In einem Gesetz kann was anderes stehen. Vor allen Dingen aber hat es so eine sehr beschwichtigende Wirkung. Aber die Richter wollen diese Praxis hören. Dann war natürlich der BSI da. Vom BMI waren einfach eine ganze Reihe von Leuten da, die damit beschäftigt sind, aber da ist dann auch so jemand bei, wie der Sprecher vom BMI. Dass der Minister selbst gesprochen hat, spielt eher für die Öffentlichkeitsarbeit eine Rolle. Einfach, weil die Presse mehr anzieht, weil, ja, letztlich ist die Berichterstattung darüber größer, wenn der Minister selbst dieses Gesetz verteidigt, obwohl er ja natürlich damals, also er kann es ja nicht verantworten. Vor allen Dingen aber hat er eine politische Rede gehalten, auch eine relativ kluge. Natürlich gab es als BKA-Gesetz gemacht wurde, noch kein ISIS oder so, aber er hat das relativ geschickt verknüpft. Ich meine, er hat natürlich überhaupt nicht über rechtliche Argumentationen gesprochen, aber er machte letztlich dieses Angstschema da auf, nämlich, dass wir alle vom internationalen Terrorismus überrollt werden, wenn es hier Einschränkungen gibt. Das ist eine ganz klare Drohung auch. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist ja immer nach rechts und links geteilt in Karlsruhe, also jetzt die Richterbank und auf der linken Seite sitzen die Verfechter von Freiheit und rechts sitzen die Polizeisympathisanten. Da waren natürlich auch eine Menge Leute. Da waren noch Landesdatenschutzbeauftragte, da waren andere technische Sachverständige. Da sind natürlich auch die Beschwerdeführer und teilweise auch neben denjenigen, die die Befassungsbeschwerden selber eingereicht haben, aber auch noch die Anwälte davon. Also das ist ja auch nicht leer auf der anderen Seite. Das dauert immer am Anfang so 20 Minuten, weil die alle vollgestellt werden. Also die werden einzeln vollgestellt. Auf der BMI-Seite gibt es aber welche, die nicht vollgestellt werden. Das ist dann eher so die Unterabteilungsebene. Ja, eben da. Okay. Achso, zuletzt. Ihr müsstet mal machen, wenn ihr mal in Karlsruhe seid, geht mal hin. Das ist wirklich interessant auch für Techies. Mach mal. Man kann da ja einen Platz kriegen. Gut, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Irgendwer? Bitte ans Mikrofon. Links oder rechts? Du hast eben erwähnt, dass es nicht so viele Fälle bisher gab von Staatstrojaner-Einsätzen in Deutschland. Gibt es denn dazu überhaupt eine dedizierte Statistik, so wie zum Beispiel einen großen Lauschangriff? Und wenn ja, wo kann man sich denn diese Statistik anschauen? Ja und nein. Es hat nach dem Oktober 2011 in verschiedenen Parlamenten auf Landes- und Bundesebene natürlich parlamentarische Anfragen in der Regel von der Opposition gegeben, sodass wir aus verschiedenen Bundesländern und auch Daten von den Bundesbehörden, also Bundesgrenzschutz, wie heißen die jetzt? Bundespolizei, Zollverhandlungsdienst und PKA die Daten zusammenzählen mit den Landesbehörden, die ja eben auch meistens Quellentäger und Trojaner eingesetzt haben. Es gibt aber keine offizielle Statistik, weil Polizeien Ländersache sind und schon gar nicht über den geheimdienstlichen Einsatz. Bei den Bundesbehörden aber, den dreien, die ich eben nannte, da haben sie Zahlen in der Anhörung genannt. Da war die Rede von genau einer Online-Durchsuchung seit 2009 und ich glaube, es waren unter fünf, ich glaube, es waren vier, ich glaube, er hat gesagt, kann man eine Hand abziehen, vier oder fünf Quellentäger ist. Und es wurde natürlich auch nochmal betont, dass der Digitastrojaner an sich nicht mehr zum Einsatz kommt. Gilt aber, an das, was in der Anhörung besprochen wurde, nur für die Bundesbehörden, also für das BKA. Was in den Länderpolizeien passiert, weiß man nicht so recht. Ich gehe aber davon aus, dass es in einigen Landesparlamenten ja durchaus auch Streit gab über die Landeskriminalämter und den Einsatz der Trojaner und auch, weil die Richter, glaube ich, nach der Debatte anders damit umgehen, dass es zumindest derzeit nicht viele Fälle gab. Die, die wir zusammengezählt haben, kommen auf über 80. Über 80 bundesweit. Über 80 jetzt in dem Zeitraum seit 2009? Nee, manche, nee, das kommt drauf an. Eigentlich eher seit 2010, denn die Anfragen in den Parlamenten hatten unterschiedliche Datumsangaben. Also je nachdem, was die parlamentarischen Anfragen so für Zeitraum angegeben haben. Und die gehen auch nicht bis 2015, sondern eher so bis 2013, weil danach ist das Thema auch so ein bisschen untergegangen. Also in dem Zeitraum. Eher also dreieinhalb Jahre. Genauer weiß ich leider auch nicht. Wenn da jemand mehr weiß, also bin ich immer für, mehr Informationen zu haben. Ach so, wir nehmen auch immer noch Binaries entgegen. Ach, da kann ich eigentlich noch eine lustige Geschichte erzählen. Ach nein, na ja. Ja, wir hatten, na ja, ja, gut tun. Wir hatten, das war eine furchtbar knappe Zeit. Wir hatten nur dreieinhalb Wochen, was extrem wenig ist, weil sonst hatten wir für so eine Stellungnahme in der Regel über zwei Monate. Also das war richtig doll Stress. Und lustigerweise, so eine Woche, bevor wir das, also waren wir eigentlich schon am Schreiben und war ja so heiß und so, war ja so eine heiße Tage, kriegten wir nach einer Platte mit den Binarys einer staatlichen Malware und waren schon total aufgeregt aus dem Motto, reisen wir da an und bringen da ein Staatsröhren damit. Aber es hat sich dann anders ergeben. Aber wir nehmen jedenfalls noch Binarys, weiß ich welcher. Okay, dann sieht es aus, als hätten wir keine weiteren Fragen. Und nochmal einen Riesendank an Konstanze. Applaus 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 Applaus